Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Laptop hat ja so viele Funktionen. Ich bin sehr begeistert. Ja, es ist ein hochaktuelles Laptop mit aktuellen technischen Werten. Das heißt, an dem werden Sie lange Freude haben. Lenovo, muss ich nicht viel zu sagen, ist der Name in der Geschäftswelt, weil die natürlich super verarbeitet sind. Die sind getestet nach militärischen Standards. Das heißt, die sind ausgesprochen robust und belastbar. Diese Geräte kosten normalerweise deutlich über 1000 Euro. Und jetzt schauen Sie sich mal unseren Preis hier an. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so möglich, weil wir hier Leasing-Rückläufer für Sie anbieten. Das merken Sie aber gar nicht. Die sind erste Wahl. Das heißt, optisch und technisch nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Leasing-Rückläufer bedeutet, eine Firma hatte den mal in Betrieb, als die Leasing-Periode vorbei war, wurde der zurückgegeben, der Laptop. Und wir konnten den dann eben für Sie zu diesem absoluten Hammerpreis einkaufen. Dann haben wir den zu einem der größten Refurbisher in Europa gegeben, unserem Partner. Da wurde der richtig, richtig aufbearbeitet, nochmal sauber gemacht. Alles wurde nochmal getestet. Und erst dann, wenn alles gut ist, dann haben wir den genommen und können Ihnen den jetzt eben zu diesem Preis anbieten. Der Laptop selber hat von der Größe her, ist es ein 15,6 Zoll Bildschirm. Das sind fast 40 Zentimeter, also einen richtig schönen, großen Bildschirm. Ja, Wahnsinn. Er hat eine richtig tolle Tastatur hier auch noch, die eben dann auch noch hier durch die Größe des Bildschirms, haben wir hier auch das numerische Feld, was eben auch sehr wichtig ist. Aber Lenovo, ich zeige Ihnen das mal. Versuchen Sie, das mal mit Ihrem richtigen Laptop zu machen. Ich biege den hier richtig rauf und runter. Der ist richtig super verarbeitet hier. Das ist ein Top-Produkt, was Sie jetzt hier zum TV-Sonderpreis bekommen. Diese Refurbished-Rechner sind unglaublich beliebt bei Ihnen, weil natürlich man damit jede Menge Geld sparen kann für ein Gerät, was normalerweise viel, viel hochpreisiger ist. Es ist cleverer, sich so etwas zu kaufen. Von der Leistung, schauen Sie sich das Video an. Da ruckelt nichts, da gibt es keine Pixelationen drin. Das ist ein fantastischer Laptop hier. Der hat von den Werten, die sage ich Ihnen auch mal eben, wir haben einen Intel Core i5-Prozessor, einen modernen Intel-Prozessor, 8 GB RAM. RAM ist so eine Größe, ganz einfach. Das bedeutet, so viele Programme kann ich gleichzeitig laufen lassen. Alles läuft ein bisschen schneller. Ob man jetzt Video-Bearbeitung, Foto-Bearbeitung macht, machst du sehr viel. Das mache ich immer sehr oft. Und da ist es von Vorteil, wenn der Laptop das alles mitmachen kann. Und das kann der. Das kann der, ganz genau. Internet, sowieso eine Sache, mit der viel, viel schneller damit geht. Wir haben eine 256 GB riesengroße Festplatte, eine Webcam, einen HDMI-Ausgang, dass ich den auch mal an den Fernseher anschließen kann. Also an dem ist wirklich alles dran. Super schick. Und vor allem, nochmal, es ist ein Lenovo ThinkPad. Das heißt, unglaublich robust und belastbar. Lautsprecher sind auch drin. Und zwar nicht normale Lautsprecher, sondern Dolby Home Theater. Und das möchte ich mal eben kurz demonstrieren. Wenn wir hier mal auf die Musik gehen, die ich hier eingestellt habe. Und vielleicht haben Sie es dieses Jahr schon gehört. Sonst bin ich der Erste, der es Ihnen dieses Jahr vorspielt. Hören Sie mal. Kennen wir alle, ne? Bald ist es soweit, ja. Ist ja in wenigen Wochen auch ein gutes Geschenk. Und du hast vollkommen recht. Ja, ein super Geschenk, ne? Jetzt sollte man die Gelegenheit hier nutzen, weil unser TV-Sonderpreis ist bei 379,99 Euro. Also auch sehr super zum Verschenken. Und Sie hören gerade den Sound, der klingt wirklich sehr gut. Der Sound ist irre, ne? Natürlich auch gerade mal, wenn man Filme gucken will, wenn man Musik hören will. Ja, klar. Ich klappe den mal zu, damit Sie den von allen Seiten bewundern können. So flach ist der. Schauen Sie sich das mal an hier. Unglaublich, ne? Super schick hier, von allen Seiten. Das ist ein richtig schönes Laptop hier, womit man sich eben auch mal sehen lassen kann. Es ist eine TV-Neuheit, aber ein begrenztes Kontingent. Diese Leasing-Rückläufer können wir nicht nachbestellen. Das heißt, wenn unser Kontingent, diese Leasing-Rückläufer verkauft sind, dann gibt es sie nicht mehr. Der ist jetzt ab Lager lieferbar für Sie. Das heißt, Sie können jetzt hier zuschlagen und richtig, richtig Geld sparen. Wir schauen mal auf Vell.de, was er da kostet. Oh ja, das machen wir. Wir sind dort bei knapp 400 Euro. Also Sie sparen hier heute exklusiv. Mit unserem TV-Sonderpreis sparen Sie hier ganze 30 Euro, denn unser TV-Sonderpreis liegt bei 379,99 Euro. Und wenn Ihr Laptop vielleicht auch immer so sehr, sehr lange braucht, wenn der hochfährt oder die einzelnen Seiten öffnet, dann ist es einfach jetzt an der Zeit, sich mal einen neuen zu bestellen. Und hier können Sie den bestellen mit gutem Gewissen, weil der ist wirklich von allen Werten her perfekt und natürlich auch vom Preis. Ja, der Preis ist der Hammer. Schauen Sie mal, der kostet etwa die Hälfte von dem, was man für einen Rechner mit der Ausstattung ausgeben würde. Wenn Sie ein Lenovo in der Ausstattung haben wollen, ein ThinkPad in der Ausstattung, liegen Sie noch mal eine ganze Weile drüber. Hier kriegen Sie eben zwei für den Preis eines normalen Laptops, nicht mal eines Lenovo-Laptops. Natürlich ideal für Zweitrechner, Drittrechner. Vielleicht ist Ihr Rechner ein bisschen langsam, wie du gesagt hast. Das nervt ja manchmal, wenn der älter ist. Dann staltet man ihn an, holt sich erst mal eine Tasse Kaffee, kommt wieder zurück und der ist immer noch hochgefahren. Das ist einfach nichts. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Aber vielleicht haben Sie auch ein Schulkind, was noch einen Laptop braucht, weil in der Schule braucht man ja jetzt auch immer einen in der Uni. Oder wie gesagt, einfach zum Verschenken. In wenigen Wochen ist es ja so weiter, ist Weihnachten. Und da freut sich bestimmt jeder über diesen schicken Laptop hier von Lenovo. Richtig gute Qualität. Der Sound ist der Wahnsinn. Irre, ne? Und ich finde den einfach richtig schick. Also ich kann den wirklich bedenkenlos empfehlen. Das ist ein Allround-Rechner, mit dem Sie wirklich alles machen können. Wir machen ja heute so viel im Internet. Sie wahrscheinlich auch. Wenn nicht, wenn Sie sich noch nicht herangetraut haben. Inzwischen ist das alles sehr leicht zu lernen. Sie haben das neuste Betriebssystem, das Windows-10-Betriebssystem hier drauf. Und damit kann man im Prinzip sofort loslegen. Du hast eine Textverarbeitung, du hast einen Webbrowser dabei, kannst E-Mail machen. All diese Sachen, ohne die wir heute einfach nicht mehr leben können. Ich weiß nicht, eine Bank, bei uns machen immer mehr Bankfilialen zu. Die muss man heute schon Online-Banking machen. Die Farben, schauen Sie sich das mal an hier. Das ist einfach unglaublich. Was für ein tolles Display die hier reingepackt haben. Ich kann hier auch verschiedene Fotos angucken. Also es geht alles ruckzuck mit diesem tollen Rechner. Ja, super Qualität und das hier zum super Preis. Unsere TV-Neuheit hier müssen Sie aber, wie gesagt, sehr schnell sein. Denn wir haben nur ein begrenztes Kontingent für Sie. Deshalb greifen Sie am besten jetzt schon zum Hörer und bestellen hier unseren Lenovo-Laptop. Und dann haben Sie einen richtig guten Laptop bei sich zu Hause. Und der ist auch so praktisch und schmal. Der nimmt nicht viel Platz weg. Passt auch gut in den Rucksack oder mal vielleicht in die Tasche, wenn Sie verreisen. Und dann können Sie auch von unterwegs aus einfach arbeiten. Vielleicht auch mal ein bisschen Online-Shopping betreiben. Wir da machen das ja gerne. Aber bestimmt auch die Männer da draußen. Also hiermit haben Sie einfach einen richtig guten Laptop. Ja, ausgesprochen robust. Sie kriegen hier eben einen Lenovo. Und das kann ich immer nur wieder wiederholen. Das ist was Besonderes hier. Der ist fantastisch verarbeitet, hat tolle Technik drin. Den können Sie jetzt bestellen. Das ist cleveres Kaufen, weil man hier, man braucht nicht so viel Geld auszugeben. Für diese Technik hier mit unseren Refurbished-Rechnern liegen Sie immer richtig. Es ist, wie gesagt, ein Allround-Rechner, der für alle Anwendungen, was immer Sie machen wollen, wirklich hervorragend geeignet ist. An dem werden Sie viele Jahre Spaß haben. Sie kriegen übrigens auch, klar, wir verkaufen Ihnen den, unsere normalen 24-Monate-Gewährleistung. Wenn Sie den irgendwo auf dem Flohmarkt kaufen würden oder eine Anzeige, dann kriegen Sie das nicht. Hier, wir stehen mit unserem guten Namen dahinter. Wir schenken Ihnen noch die Versandkosten. Das heißt, das ist wirklich alles, was Sie dafür bezahlen müssen. Und dann ist der in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Und Sie werden ihn lieben, glauben Sie mir. Ein ganz, ganz toller Rechner hier für kleines Geld. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir den für so wenig Geld hier verkaufen. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also ich bin auch richtig begeistert, dass wir Ihnen das hier anbieten können, weil es wird ja alles teurer. Und wenn man dann hier einfach mal einen guten Laptop hat und da ein bisschen sparen kann. Wir haben es ja auch gerade gesehen im Vergleich zu Pearl.de. Dort sind wir bei knapp 400 Euro. Und heute hier bei uns 379,99 Euro. Sie sparen hier heute ganze 30 Euro. Das kann man doch echt, da kann man nicht Nein sagen. Also am besten jetzt gleich zum Hörer greifen und bestellen. Ja, wir stehen mit Pearl dahinter. Das ist ein toller Rechner. Den sollten Sie sich jetzt sofort kaufen, wenn Sie einen Rechner brauchen. Wenn Sie vielleicht Ihren Rechner aussortieren wollen, weil der einfach zu langsam und zu alt ist. Das ist die Maschine für Sie, glauben Sie mir. Und für so kleines Geld machen Sie alles richtig hier. Ja, und ich sage Ihnen auch gerne einmal, die Bestellnummer, das ist die REF 1559 und die 569 kommt natürlich auch versandkostenfrei bis zu Ihnen nach Hause. Sie müssen in kein Geschäft gehen und da irgendwie hingehen und sich anstellen. Sie müssen hier jetzt nur einfach schnell sein und am besten jetzt bestellen. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit dem Laptop. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit dem Laptop.